So, in der letzten Folge haben wir den ersten Boss besiegt. Das ist doch sehr gut, eine sehr gute Eigenschaft. Und ich habe die Kamera mal wieder ein bisschen verdreht. Das ist mal wieder schlecht. Ja, das ist doch gut, wenn man mehr Kohle kriegt. Mal gucken, ob wir jetzt unser Auto tunen können. Zwei neue Wagen. Das haben wir noch freigeschaltet. Tuning-Teile und optische Tuning-Teile. Sehr schön. Und zwei neue Kühlmittel hier. Obwohl Kida hat man eben auch schon, aber die ist jetzt frei anmeldbar. So. Ich und ein paar Ex-Lucky-Sevens wollen dir helfen, Mix-Unfall auf den Grund zu gehen. Such dir aus, wer von uns mit dir fahren soll. Deine Crew hat eine Respektstufe. Sie entspricht dem Fahrkörn ihrer Fahrer. Das Können steigt, je mehr Rennen du fährst und gewinnst. Hast du zu wenig Respekt, wollen neue Fahrer nicht mit dir fahren. Na los, such dir deine beiden ersten Crew-Meglieder aus. Verdien dir Respekt, damit deine Crew immer größer wird. Das wären, ähm, das sind nicht unsere letzten Mitglieder. Ähm, Markus ist zwar bei uns dabei, können wir aber noch nicht, äh, Respekt, also anwerben. Bei uns fehlen noch ein paar Punkte. Hä? Achso, jetzt haben wir Lebenslauf. Ups. Ja. Ach, doch. Doch, geht. Na, das war jetzt ein Backechen. So, wir wollen unseren Wagen mal tun. Aber noch nicht optisch. Wir müssen mal, na. Ach, ihr seid auch blöde, ey. 2000. Nitro-Einspritzung auch gleich rein. Haben wir auch gleich rein. Erst. Na. Spack die gehen jetzt rum. Ja, wir könnten zwar ein Kip dran machen, aber 1000, das ist mir dann doch ein bisschen zu teuer im Moment. Okay, wir haben keine Rennfahrer. Da kommen aber noch mehr dazu. So, jetzt gucken wir mal auf die Rennkarte. Wir könnten, äh, Stryker herausfordern. Und dann brauchen wir auch wieder vier von sieben. Ja. Wenn wir dabei sind, fangen wir gleich mal an. Äh, Rundkurs. Am besten wenn wir mal sprint. Weil, wir haben ja schon wieder fünf Minuten. Ja, wenn es immer nur vier von sieben Renn sind, dann geht es ja noch. Hoffe, dass ich bis Ende Mai mit dem LP fähig bin. Und dann geht es ja noch. Oh, das, oh, das endet. Uiuiui. Sonne, ist doch schlimm. Nee. Ich bin bereit, los geht's. Ich bin soweit. Das ist sehr gut, dass man hier zwei Teammitglieder in einem Rennen dabei hat. Ist schon etwas hilfreicher, als wie im Hauptteil. Ungeschafft. Ah, vielleicht schaffen wir noch einen Rennen. Naja. Ich verdrück mich jetzt hier unten. Flucht. Ah, ja. Flucht. Wider sprint. Schaffe ich nicht mehr. Bei einer Minute dreißig. Nee. Hi. Ja. Bei zehn Minuten Parts ist das immer schlecht. Und meine, habe ich jetzt meine Vorredung schon mal noch verdreht hier. Ja. Ähm. Nach dem Robo kann ich zwei. Okay. Ah, ja. Das passt. Nur an meinen. Ich will die andere Wagen nicht um, verunstalten. Verunstalten. So, das war's erstmal. Vielleicht nehme ich erst nächste Nacht wieder auf. Jo. Ich würde sagen, bis dann und gute Nacht.